Moin, 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 moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal, ich bin's wieder, ein krass, Nicolai. Und yeah, Leute, heute habe ich wieder mal einen Party für euch, ja hier in der ganz neuen, limitierten Star Wars Edition, ja, da fehlt da ein bisschen der Daffreder oben, für dass das hier eine Star Wars Edition ist, also, nee, doch Spaß, Spaß, Leute, das ist die Stop Wars Edition, ja, genau, hier wegen der Ukraine-Kriege, ihr wisst, der böse Putin, der hat ja hier einen Angriffskrieg gestartet, das ist überhaupt nicht cool und ja, der liebe Prati hat hier sich gedacht, ja, da müssen wir an die Ukraine supporten, das ist auch ein super Gedanke und er hat hier ein Grünteegetränk mit Limettenminzgeschmack gedroppt und yeah, davon gehen 100% an die Zivilgesellschaft der Ukraine. Ja, wir shaken den, so wie es das für Prati gehört, machen den auf und dann probieren wir mal, wie das so schmeckt, ja, grüner Tee mit Minze und Limette, wenn der so ein bisschen schmeckt, wie dieser Mäcki-Eistee, den ich so gern habe, ey, das wäre natürlich der Kracher, ne. So, probieren wir mal. Oh, der feine Herr, mmh, der ist ja richtig lecker, mmh, mmh, lecker, der Minzgeschmack kommt richtig, richtig doll zur Geltung, mmh, aber schmeckt wirklich gut, schmeckt wie ein, ey, wie ein so ein alkoholfreier Mojito, nur ohne Soda, ey, aber das ist richtig lecker, also das kann man sich richtig gönnen. Mmh, ja, schmackhaft, yeah, gönnt euch den, dann habt ihr auch euren Teil dazu beigetragen, hier vielleicht ein bisschen leidende Ukraine ein bisschen zu mindern, das war ja schön, äh, ihr habt die Freude daran an diesem wunderschönen, wunderbaren Getränk und supportet damit hier dieses, dieses Stunt, ja. Und damit danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss, ciao meine Freunde und bis zum nächsten Mal.